Hi, ich bin die Hochreiter Melanie. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Bischofswiesen. Ich fahre Snowboard Race, also Parallelslalom und Riesenslalom. Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das Snowboarden so meins ist. Durch die Schule auch und durch den WSV Bischofswiesen sind wir da relativ früh gefördert worden und sind dann auch jetzt bis zum Ende dabei geblieben. Ja, Olympia ist natürlich für einen Sportler das Event und dann natürlich auch noch mit der Caro, mit der Ramona, mit denen ich schon im Kindergarten war. Ja, also das wäre mir eine gute Idee, so Public Viewing im Winter zu machen. Für uns drei in Berchtesgaden, ich glaube, da würden viele Leute kommen. Das hat mir auf jeden Fall weitergeholfen, in einer Jungsmannschaft als Mädel mitzuspielen und dann noch Kapitän zu sein. Das war für die Jungs glaube ich nicht immer einfach, aber ich habe gelernt, mich durchzukämpfen.